Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei DAISY. Heute wieder mit dem COSKA. Moin. Moin. Ich würde sagen wir gehen jetzt einfach mal weiter. In der letzten Folge haben wir jetzt zwei Stück weggeballert. Nehmen wir. Mal Gamma hochstellen, ein bisschen so. Ist ja was ein bisschen dunkel. Mal gucken, ob es wieder so gut läuft. Mal wieder mit zwei wegballern. Die Feuerwehr ist mal auf. Ich geh mal in die Baracken. Okay, die ist sauer. Kein Loot. Nix. Bei dir was? M-m-m. Moin im Mund. So ein Scheiß. Doch hier ist... Ja, der Tower ist zu, Alter. Die Tür vom Tower ist zu. Mal reingehen. Ja. Warte mal, ich guck mal hinten in die Feuerwehr. Ja. Beide... Die Feuerwehrtüren sind auch alle drei zu. Ist doch einer im Tower oder so. Oder oben. Das hier oben einer hockt, Alter. Willst du rüber gehen? Hm? Willst du rüber gehen? Ich glaube nicht, dass da einer drin ist. Keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Ich sehe aber auch nichts. Ich glaube nicht. Lass mal umgekehrt gehen. Wenn wir gleich schmerzen, wenn wir weggeballert werden. Hm. Okay. Lohlich am AKM-Mac gefunden. Echt? Im Hangar. Ja, Mann. Geil. Ich hau auch rein. Unbedingt. Ich weiß ja nicht, dass ich die Scheiß SGS wegschmeiße. Direkt nachladen, naja. Hast du noch eins für mich? Ja, Mann. Geil. Warte. Ah, das ist hier noch eine Decke. Hast? Nee, nee. Wo? Wo ist denn? Hier? Ja, genau da. Nee. Ist nicht da. Ah, jetzt. Danach könnten wir jetzt schon auf den vollen Server gehen. Jetzt haben wir beide jeder Mac. Ja. Das reicht. Aber hast du was von, Digga? Wo hat er denn jetzt das Mac hin, Alter? Ist das da rein, oder was? Nee. Das Mac ist weg. Ah, nee. Er hat es reingeladen. Alles gut. Ich dachte schon, Alter. Wo sind die Gegner aus? Sie haben Angst. Für uns. Da habe ich so langsam auf. Hey, früher waren hier so viele Spieler, Mann. Oh, lolle, liegt ein Heli. Aber so ein Abfahr-Heli. Ja, geil. Ich lud den mal, Alter. Ich gebe mal in den Stadt, gibt es wo es. Kann sein. Was spawnt da überhaupt so? Ich glaube diese Totenkopf-Face-Mass spawnen auch da. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Nein. Kurz husten? Nein. Oh, wieder da, sorry. Ja, wo? Nein. Oh, eine Granate. Noch eine? Ja, ich gebe dir dann eine. AK-47-Muni. Ich weiß nicht, die Granate ist bei mir eh voll verpackt. Das letzte Mal, wo ich die Granate thrown wollte, bin ich drin stecken geblieben. Ja. Ich kenne es, deswegen werfe ich es nicht so gerne. Ich glaube ich ziehe mal die Gas-Maske auf. Die Gas-Maske. Wenn ich furze, dann hilft die dir. Hä? Wenn ich einen abziehe, dann hilft sie dir. Ja, Mann. Dann lass halt mal hoppen gehen, würde ich sagen. Ah, direkt auf den vollen Server, oder? Ja, direkt. Nein. Lässig. Lass uns halt hier hinten im Wald noch nur ausglocken. So. So. Dann, bis gleich. Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Daisy. So, jetzt haben wir uns einen vollen Server rausgesucht. 30 Leute. Ich zeige es mal kurz. Und hier geht bestimmt was ab. So, dann gehen wir mal. Hast du noch ins Kopf für die AK? Ne, ich habe noch eins. Schade. Schade. Nein. Nein, wir meinen unser Unglück, was? Ja, Mann. Auf in den Tod. In den Tod, wie meiner. Ja. Ich zieh mal vor. Den Mann. Musch so auf Lootgeier machen und dann voll sterben. Schade. Keine Zombies mehr, Alter. Gell? Keine Zombies, das ist nämlich voll. Ne, ich geh die Hangars nicht looten, das ist ja was viel zu voll. Um so offen rum zu rennen. Ach was. Ich geh hinter die Hangars, Allah. Mann oder Memme? Ja, ich bin doch nicht sterben an das Inmuss. Komm mal mit. Ich hab dich ja nicht alleine lassen. Ich lauf jetzt schön hinten rum. Von hinten, da stehst du drauf, oder? To the Barracks. Ich glaube ja, dass du da hinten drauf stehst. Slekt, gar übelst. Mir lebt nix, alles cool. Ist die Alter, oder? Der ist ja immer voller, oder? Soll einfach irgendwo dann warten, nachher. Na, AKM? Soll drei AKM. Meckeln wir aber lieber ein, ne? AK77 Max. Ah, nimm doch zwei Max mit. Und nimm erstmal die 74. Ach, war's, oder? Nimm die mit. Keine Muni verschwenden, Junge. Ich steh direkt mal. Freibach unten, oder? Freibach hinten, ist ja auch immer. Vielleicht geht man da mit. Bei den Zelten noch einer. Wie? Ja, ich hoffe, dass bei den Zelten noch einer ist. Ich geh mal weiter zu einem Sephora. Okay. 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 Ups. Kann ich gegen den Zaun leider haben? Oh, ich bin noch hinten dran. Ich bin noch ein guter Stückchen grad bei den Containern erst. Ja, da bin ich auch nicht. Na ja, da bin ich. Logen wir mal wieder. Ich schreiß hier selber um nichts los, oder? Haben alle keine Balls, um sich auch mit herrlich PvP zu machen. Das stimmt ja nicht schlecht. Das ist nichts. Gibt aber halt auch nichts, ne? Lode ist nicht so schlimm. Keine Gegner ist eher komisch. Ja, aber ein Mech wär halt schon so nice. Oh, so ein 75er Mech, gell? Ja. Sehr lässig. Und ein paar gut equipte Gegner. Ja. Uh, wenigstens ein AK-Scope. Immerhin. Ja, Mann, das AK-Scope ist geil. Oh, meins ist damaged, Alter. Shit. Das hier Schworn. Ich hab's... Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab's gar nicht gesehen. Hehehe. Ich hab's gar nicht gesehen. Ich hab eher gesagt, wir warten irgendwo beim Tower oder so. Weil hier geht gar nichts. Ja, lass aber halt an die Zelte nochmal looten und dann nochmal zurücklaufen. Dann weg. So... Let's weg, 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 weg. Geh... Was? Was? Ich dachte schon, ich würde den Knast wegziehen. Ich dachte schon, dass der andere ist. Ich schmeiß den Scheiß vorbei. Perfekt, ey. Heftig, das... Heftig, das selber ist richtig voll. Ja, der ist zu lange voll. Das ist ja. Das ist ja... Heftig, das selber ist richtig voll. Was ist denn das komische? Vorhin auf dem kleinen Server... Gleich mal zwei gefunden. Und hier... Die meisten denken, du hast so viele Leute, die... Du ist crazy. Lauf mal vor mit einer roten Mütze. Geilste, Mann. Du hast leckt... 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 Sorry... Leckt... Was hat's geleckt? Ja... Manchmal schmachte ich sie rum... Manchmal schmachte ich sie rum... So... Dann die erste Reise... Jetzt... Jetzt keine in den Zelten mehr... Ja... Sicher... Hm... Du bist erst dabei... Ja... Hier liegen voll die Spawny-Sachen... Ja... Glaub hier krieg ich... Auf jeden Fall eh keinen Loot... Ja, ich hab noch einen 10er-Warn-Blick bekommen... Na ja, überall liegen Schuhrucksäcke und sowas rum... Ich glaub, die spawnen hier jetzt auch... Meinsch... Ich hab schon mal aufm leeren Körper gezockt... Und dann waren die auch... Alter, hier liegt... Einfach mal ein Protector-Case voll mit Essen rum... Lava... Doch... Ja... Ich hab noch eine Ruhe in der Abo-Box... Allein, die haben sich hier weggeballert... Man... Was soll denn sowas rum... Finde ich ein bisschen überkreis... Schweine... Wir hätten wohl schon auf uns warten können... Ein Spocker... Bandagen... Muni... Leeres SVD-Mac... Nichts... 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 Nischt... Gibt's hier nichts... Ragefinders... Da liegt nur eine AK-74... Wo? Erste Reihe, letztes Zelt von Reisch. Oder erstes Zelt von Reisch. Das ist die zweite Reihe von Bude. Mhm. Da ist noch 30 Schuss AKM. Dritte, äh, zweite Reihe, erstes Zelt von Reisch. Noch eine Granate, Alter. Als Nebendran. Lass den Tower das erwarten. Ja, lass den. Ich hab das sonst alles gelootet. Ja, aber das sind die ersten beiden, oder? Ha? Hast du die ersten beiden auch gelootet? Ich hab alle rein gelootet, außer die erste. Jetzt da nicht! Hecht? Ok, wir werden jetzt zwei erstes. Is mein Zelt raus. Wo ist es? Erste Reihe von Ungar aus. Oh Mann, das ist eine Art Kumpel. Ich geh nur an Fung. Ich weiß nicht, dass ich danke. Ich habe probiert, dass ich einen T-Husten verschleche. Nein, 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 ich weiß nicht, nein. Was ist das? Lass es halt laufen Jo Ich bin unterwegs 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 Der Anna rennt einfach über das Erschlusserwerk Ja nochmal Ich komm dann mal rein Das ist komisch allein Das ist hier wirklich kein Einflusserwerk Hm? Das ist komisch, dass es hier kein Einflusserwerk gibt Wo sind die Gegner? Wo sind sie? Wo sind sie? Wir haben jetzt überhaupt nichts Stimmt, alle in der Deckung Mh 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 Wie oft das schon passiert ist Unzählige Male Mh Schon zu oft passiert, Digga Zu oft Deswegen gehst du immer voll Biss mit dem Mund Mh 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 Ich rühre jetzt in den Tower. In den wirtchen? In den normalen? In den normalen, da kann man sich oben schön hinlegen im Glashaus. Ja. Wir könnten ja anfangen, die wild rumzuballern, vielleicht sterben wir dann schnell. Oder ich gebe mir einfach wieder selber Headshot. Ja, ist vor der Aufnahme passiert, da hast du selbst den Kopf geschossen. Schade, hast du das nicht aufgenommen, Digga. Ey, das kann doch nicht sein, der Rest dabei ist voll und keiner auf dem Herdpick. Ich habe Bock zu sterben, keiner will sterben. Ich habe Bock zu sterben, in einem Fight alle, aber so. Ey, Loll, ich schenke an der Schwart. Wie bitte? Ja, gleich schenke irgendwie. Hier sind leere AK-Max. AK-M? Jo, AK-M, Digga. Jawohl, da sind doch noch elf Schuss drin. Hm? Da waren sogar noch elf Schuss drin. In dem alten AK-M weg. Jetzt heißt es warten, ne? Warten, warten, warten. Warten und hoffen. Ich hoffe, dass die Schüsse durch die Ohren fliegen. Wir könnten auch eiskalt unter der Treppe hoppen gehen. Auf so viel Server. Oh ja, auf dem vollen Server und unter der Treppe. Hä? Ja. Lass das einfach mal machen, unter der Treppe auf dem vollen Server hoppen gehen. Den guten alten Zeiten. Heftig. Aufstehe. Ja. Ich nehme euch jetzt mal mit, wenn mein Server wechseln. So, mal schauen. Ich guck mal. Hab ich ja noch einen Film? Alles private, such mal mit. Alles private, such mal mit. 50 public, 26 private. So. Äh. 40. Auch public, aber der ist voll. Äh. Ich hab glaub ich einen, ja. Jamala. Mach ich. Ich glaub, da war man nicht drauf grad. Rollblade. Ich hoffe doch. Ganz kurz. Für kleine Jungs. Für kleine Jungs. Was? So sorry. An der Stelle. Oh. Muss auch mal sein. 3 Sekunden. Das ist halt immer das blöde bei Daisy. Man muss halt immer hoppen. Um irgendwelche Gegner zu verbringen. Bis man endlich mal keine Gegner findet. Ja. Ah. Jetzt schauen wir mal. Vielleicht passiert ja noch was. Ich würde mich so kaputt lachen. Wir locken uns unten im Tower ein und dann fliegt eine Nade in den Tower abhoben. Oder einer steht hinter uns und bapapap. Hinter uns ist schlecht, dann steht er ja in der Wand. Das hatten wir aber auch schon, dass er in der Wand waren. Ich bin gespawnt. Ich höre auf jeden Fall ein Zombie. Ich bin sicher, dass es nicht dasselbe Server ist. Ich sehe hier nichts. Ist das schön zugemacht? Ja. Angst. Da steht eine Karre. Wo? Da mitten auf dem Herfeld. Aber wenn die fahren wird, das wäre zu geil allein. Ja, weil die Reisen sind aber kaputt. Ne, die sind an den Boden gepackt. Vielleicht fährt... Woah, woah, woah! Woah, woah! What the hell, Alter! Du musst ihn achsen. Ich muss ihn runter und ihn... Du musst ihn achsen, Mann! Kannst jetzt er drin ballern. Ja, scheiße, ich hab die Achse in der Leiste. Scheiße, Digga, er zieht die Achse halt, Warte. Komm, 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 aber ich kann nicht ballern. Ja, hilf doch mal, Alter. Mach ihn mal weg. Ich hab zwei Waffen. Ja, Alter, er zieht halt einfach die scheiß Axt. Dann bist du denn, hilf mir doch mal. Dann verliere ich meine Achse, jetzt Axt bin doch schnell. Ja, lass mal ziehen, oder? Oh, Alter. Ich kann ihn wegballern? Ja, ich kann ihn wegballern. Boah, hab ich mich erschreckt, ey. Geilen Heli. Wo? Ganz hinten, da laufe ich jetzt direkt hin und finde eine M4. Ey, ich bin dabei, also warte es jetzt auf mich. Jetzt weiß ich, warum du ihn nicht achsen wolltest, du Arsch. Was? Jetzt weiß ich, warum du ihn nicht achsen wolltest, dass du mit der M4 beziehen willst. Ne, Mann, ich wollte mit dem Auto fahren, aber es ist kaputt. Die Batterie ist verruhend. Ich weiß, wie viele Leute hier sind, wie sie sind. Ich weiß, wie viele Leute hier sind, dass man da sind. Heiskalt habe ich dich eingeholt, wieder. Heiskalt habe ich auf dich gewartet. Ja, auf keinen Fall. Wir zocken da bestimmt so 10 Leute am Handy. Geht bestimmt gar nichts beim Handy. Hey, jetzt haben wir wieder. Ich könnte auf die Milibase dann rüber gehen, wenn hier nichts geht. Ja, auf jeden Fall. Oh, wir laufen mitten übers Eiffel, dann noch kein Schuss. Okay, ein einziger Eul da. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Hm? Nur die Harten kommen halt in den Garten, ne? Wie ist das denn mal? So, ob was ich noch sagen will, bei meinem 30 Abonnenten-Special. Ich meine 30 Abonnenten oder meine 14x40 Abonnenten-Special. Könnt ihr mit mir, mit dem Koska zusammen daisy saufen. Dann zucken wir mal in der ganzen Gruppung. Geh mal in die Städte und machen die Städte und klicken. Wie, wann, wo werde ich dann. In einem separaten Video. Wenn ich die 40 Abonnenten rauskomme. Wollte ich noch mal kurz was lernen. Ich muss schon Kaffee trinken. Ja, muss auch mal sein. Wenn man so gut fünscht. Bin ich erstmal gespannt, du. Hey, wenn ich jetzt nirgendwo hier finde, dann schraub den Tonleitner an. Schrei ich mit dem Mädchen. Geil. Hau ab. Geh weg. Sprich dir die Beine, Alter. Such den eigenen Lele, der gehört mir. Boah, war da einer. Ach doch, da werden würden. Wer würden würden. Schau. Nicht. Nichts, ey. Hast du denn viel gefunden? Lava. Nee, aber ne andere Woma. Was hast du gefunden? Was ist denn das? Die FNV Lala. Die Autosniper. Boah, du bist so ein Lacker GZ. Danke, man. Dafür hab ich was geiles gefunden. Oh. War nur Lack. Hä? Scheiße, ich dachte ich hätte einen H4 Silencer bekommen. War aber nur ein Pistelsensor. Äh, Pistelsensor. Oh, hier ist ein M4 Silencer. Eik. Geh mal mit. Ja, schön. Ich hab aber gar keinen Scope für die Woma. Oh, da geht da das Scope hier dran. Geh, die ist nur noch gleich. Bring den mit. Hm. Das ist ja gar nicht. Nunu? Ja, keine Ahnung. Wom auf die Mini-Base? Ja. Guck mal hier auf. Ich mein, die voll geht schon fast. Warte, da waren doch nicht mal loten hier. Wir sind direkt zum Heli wie so kranke Penner gerannt. Ja. Dann lass uns runter zum Zelt halten. Und dann mach ich auch mal eine Aufnahme. Jöne. Wie gesagt, lass mal durch zum Zelt runter. Mh. Dann mach ich mal eine Aufnahme draußen für heute. Mh. Ich hab mich schon gefreut, die Scheiße. Ich dachte, das ist ein, ähm, AK-Signal ist am nächsten. Ja, ich dachte auch vorhin, ich hab einen Silencer. Auf der anderen Seite war es auch nur der Pistelssilencer. Ja, der andere findet der an, dass der andere Sniper ist. Nur. Nein, aber ich kann es nicht erkennen. Ja. Jetzt brauchst du nur noch einen Mac, Alter. Wie bitte? Brauchst du nur noch einen Mac? Ja, Mann. Das ist aber genauso voll und wieder keiner da ist. Jetzt warten wir mal. Vielleicht finden wir noch jemanden. Ja, dann geh mal die Tage halt mal in die Stadt. Ja, komm mal auch. Da geht immer was. Ja. Aber das machen wir mal. Das mache ich dann auch mal. Die ganze Dinge in die Stadt zu laufen. Das wäre ein bisschen normalisch. Dann wollen wir noch einen AK-Mac. Damaged. Ich hab nur Damaged. Loll ne Granate. Hm. Ich hab nur zwei Stücken. Wenn man die wenigstens richtig werfen könnte, ne, dann wärs voll geil. Probier mal. Ha? Ne, dann sterb ich vielleicht. Dann zieh ich dir direkt deinen Autosniper ab. Was geht bei deinem Charakter? Ja, ich war müde. Ne, ich war kurz im Menü auf die Suni zitiert und so. Wenn jetzt einer kommt will ich eh nichts treffen. Meiner zittert dann über nach dem ganzen Rennen. Normalerweise. Ey, wie da... Weischt... Vier... Ich bin nicht hier. Sag mal... Früher wo ich die 74 zocken wollte, hatte ich kein einziges Mac gefunden. Ja, da hast du noch Mackei mit. Da guckst du jetzt hier. Warte mal wieder auf. Moin. Moin. Ist dein Zuhause? Ja, hier ruht ich. Hallo. Lässig. Wo sag mal da? Essen. Ich hab übelst viel Essen dabei. So viel hatte ich noch nie. Bestimmt 20 Dosen. Wir könnten campen 10 Stunden alle irgendwo. Na ja, können wir. Die Zuschauer würden nicht einschlagen. Da hast du recht. Ich hab mal Action gesehen. Gemalte Action. Gummisch die. Crunchy. Du hast zu viel Essen dabei. Weiß gar nicht wohin damit. Du musst Spawnys Essen verteilen. Das ist ein Insider. Das war die Beste aller ever. Oh, ich verteil Essen an die Spawnys an der Coast. Lässig. Dazu muss ich sagen, kurz die Geschichte ansehen. Wir haben Daisy gespielt. Wir waren drüben auf der Minibase. Und der Nico hier wollte unbedingt eine Mosin haben. Und das war eine Frau. Ich hab gesagt, lass sie leben. Scheiß drauf. Und da kam sie halt so zu essen. Wir haben ihr die Musen abgezogen. Ja, das geht halt immer. Da hat einer gelabert, glaub ich. Nee. Doch, schwör. Ich hab nichts gehört. Ja. Und auf jeden Fall. Hat sie dann erzählt, sie wird das Wald. Das ist frohliches Essen. Immer weg, aber ich hab keine Scheiß zu reden. Ja, komm mit nem Hangar rein. Alter. Nur obwohl ins Kreuz. Lass meinen Bruder in Ruhe so. Er zieht die Wumme halt nicht. Ich will jetzt nen Mech für die Wumme finden. Ich will jetzt nen Mech für die Wumme finden. Ich will jetzt nen Mech für die Wumme finden. Ich will jetzt noch wegballern. Ja. Und einen Gegner finden, ist genauso gut. Genau. Ja, ich will jetzt. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Ich will jetzt. Ja. Ja, ja. Oh, ich brauche auch einen Dyskopen an. Ich schweiß es jetzt auch ein bisschen langweicher werden. Wir hatten ja noch einen Dyskopen an. Gibt mir einen Mech! Gibt mir Gegner! Ich hätte es sollen mir Mechs geben. Du brauchst eine High Capacity, Wester. Nö, du. Du, Mersi. Echt, habe ich ja schon seit ewig nimmer gesehen. Ah scheiße, ich habe gerade gedacht, da liegt ein Scope für dich, aber ist ein Damagos. Ist die erste Reihe oder ist die Feuer? Ist die erste Reihe, Digga. Erste Reihe. Ja, wo geht es mal? Ja, komm mal hier. Hast du nicht Taschen für deine Weste gesucht? Ich habe, ich habe schon viele gefunden. Ah schon. Wir liegen jetzt voll viele. In jedem Zelt eh ne. Ja, aber ich brauche. So. Ich habe schon viele Scope. Ich habe schon viele Scope. Wieder Damaged. Normal, ich war kein Glück. Ja, ich habe da keinen Longwatch mehr gefunden. Habe ich schon ewig nicht mehr. Und hier schon mal gar nicht. War schon in der dritten Reihe. Nee, ich dachte, du blöde. Ah ja, ich gehe jetzt rein. Heftig viele Smokes. Ich habe jetzt schon vier Scopes gefunden für die Acker. Alle Damaged. Alle, aber... Ich glaube, hier geht nichts mehr. Na ja. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Bis zum nächsten Mal.